Das ist ein bisschen was anderes als von der Art-Grepp. Schon eine Art-Grepp. Ja, schon eine Art-Grepp. Das ist ein Diengekrepp. Ah, das ist vollkampft. Sagen wir mal so, die haben nicht das so, steht in dem Kreis runter, aber es wird einfach. Die machen ja, aber das ist ja kein Flüssigkeit. Auch das, richtig. Sondern das ist ja was anderes als Diengekrepp. Habt ihr gefragt, was es kostet? Nein. 150 Kilo. Ja, noch fünf. Die haben gerade Bier verkauft.